sodala youtube herzlich willkommen zu einer folge pal world ganz neues game ich bin gespannt wie ein bogen ich habe keinen plan das gesicht und der körper das passt war so größe manchmal nicht zu übertrieben wir machen schon dicke arme aber nicht so heftig okay wir müssen auch ein bisschen angepasst werden ja ich habe keine ahnung ob das spiel was für mich ist auch mit narbe und bart richtig cool hey bruder bei der grafik was aufkriegen wir euch auf die haben solche haare die haben die gar nicht schilder farbe machen wir so das ist in ordnung bei dem alle da habe ich aber die bad und die augen auch geil cool so ich bin schon jetzt verliebt besser augen farbe sieht man nicht an okay passt schon ist gut für mich wo ist die bad farbe ich kann den charakter nachher nicht mehr ändern also müssen wir cool sein jetzt da scharingan oder wo machen wir das oder so und frauen farbe augenbrauen farbe ist auch bad farbe okay ich verstehe nämlich aus haare hammer stimme haare hammer stimme ich finde er schaut gut aus absolut super präger oder oder passt schon oh ja wir beginnen ja wir beginnen und kommen pal world es kann losgehen ich weiß gar nicht ob das was für mich ist das game gibt es keine zombies aber aber es ist ein ich habe ein bisschen zu heftigen hintern finde ich jetzt oder es ist ja ein bisschen zu groß wie ist bahn ich kann nichts bauen auch nichts bahn wie kann ich sammeln aha so okay so funktionieren das haben wir herabgefallene ist es ist ein herabgefallener ast sprinten springen gibt es ab 17 servus mit zwei jahren genau was das schnell reise freischalten kann man auch in die egos switchen das wäre natürlich anscheinend nicht keine ahnung ist mir noch mal ob es fall schaden gibt alles cool anscheinend nicht nehmen wir mit so jetzt b bahn öffnen aber primitive bergbank bahn okay platzieren wir hier geil auch schon level ab weiter aha okay und hier kann ich dann gegen waren wo muss ich denn hin so war wir gerade soll ich mal anschauen nee will ich jetzt nicht gilt man einfach mal drauf schauen was ich später an technologie bildschirm okay wie viele punkte habe ich ich habe sieben punkte lagerfeuer absolut wichtig das ist absolut wichtig das absolut wichtig vier punkte noch da geht sich sogar alles aus super okay perfekt als spiel soll ich freischalten steinspeer macht kein plan oder schafe guckern an doch die machen wir jetzt nicht sind die lieb bist du liebe scharf lampal hallo knudeln frage zeigen was fragt also ich warum ich stinke keine ahnung na gut schauen wir mal ob wir das werkzeug herstellen können damit wir uns ein bisschen was eine fackel kriege ich hin ich brauche mehr holz hallo ich weiß nicht ich finde mein hinterm viel zu riesig wenn ich ehrlich bin ich habe ungenutzte status punkte haldex bilder team technologie aber wo soll ich denn die punkte du bist auch lustig inventar wo kann ich hier was werte erhöhen ach so ist es ich habe ein punkt okay wir gehen auf leben wir müssen leben wie schaut es eigentlich aus mit essen und trinken muss ich auch irgendwie snaggen da kann ich nichts sammeln ich will mal ein werkzeug herstellen kann ich den einfach so kaputt haben und kriegt ja okay so kriege ich einmal holz gut ja wieviel helfen der farm als fasern aber kriegt und wir haben keine ausdauer mehr okay gut ich will mir hier noch keine base aufbauen also ich lass mal die werkbank da oben damit man sich schnell werkzeug herstellen und so aber knüppel ganz wichtig ach so ist das okay geil jetzt habe ich ein knüppel habe ich irgendwie so eine schnell leiste da oben wache mit maßrad kriege ich das weg so ja kippe oder sonne man ja junge hat sich geilt wie lud ich den pre jetzt das war es aber er lebt noch oder er ist nur k.o.l. ich kann den gar nicht töten anscheinend ich das richtig egal wir haben was zum essen wir ein bisschen schicken kriege ich da auch was raus wenn ich mit dem knüppel drauf kloppe anscheinend nicht wirklich oh da ist eine truhe absoluter held ich habe nicht ruhig gefunden noch irgendwas aufmachen was drin stein goldmünzen brot passt was das hier aha eine notiz habe ich jetzt gut anscheinend kann ich hier hochklettern auch ja das ist schön gefährlich schaden okay er ist nicht gefährlich hat ein dreck eine fackel könnte uns vielleicht auch herstellen das kommt denn hier oh der ist das ist ein gift paul habe ich ja gut wir brauchen noch ein bisschen holz keine paar säle was ich kann eine statue der kraft soll ich die opfern gut habe ich gesagt wir kloppen uns noch ein paar palz tot damit mal ein bisschen material so haben er wärt sich auch nicht einmal aha level up oder roll doch nicht weg hier noch stock ich bin eigentlich nicht so böse ihr müsst keine angst haben ich bin ein lieber ich werde nicht jeden von euch töten ich bin einfach mal was zeigt man diesen schnellreisepunkt kann das sein so da ist noch lampal denn die mama jetzt auch noch weg oder brauche ein bisschen wolle der ist schon stabiler er hat ein nasenrufezeichen auf dem kopf habe ich das gar nicht gelernt vorhin okay da ein bogen will ich bett ist wichtig weil er natürlich auch wenn ich ein bogen habe schraubens hier wird anscheinend auch wichtig sein zwei punkte noch pal strobett oder stopp ich glaube eher stopp mit palz zähmen und so ist dabei noch nichts denke das dauert noch ein bisschen bis ich da rein kommen jetzt will ich halt einmal eine spitzhacke oder so haben damit wir hier schön abbauen können ja da fehlt mir noch stein fasern stein gut wir brauchen noch drei steine da kann ich nicht drauf kloppen können hier liegt einer da liegen genug auch da da funkelt was im ding wir könnten versuchen uns jetzt mal einen palz zu snacken da ist auch ganz zufällig eine palz fähre mit kuh kann ich die werfen die auf fasern raus oder nur beehren ich glaube das holz muss er denn hin er ist weg mein erster teil muss ein ganz besonderer teil sein sage ich ganz ehrlich wüsse ich werde mir nichts von 08 15 chicken holen der brie wäre interessant weil er schön groß aber vor dem habe ich ein bisschen respekt noch wenn ich ehrlich bin aber sind alle palz friedlich ne kann nicht sein oder müsste doch richtig brutale palz geben hier ja entschuldigung sorry das war ein bisschen komisch jetzt oh wie haben wir denn hier mal einen ansprechen ja cool also gibt mir ein bisschen holz das ist aber sehr nett von dir kann ich ihm auch essen zu geraten ne anscheinend nicht gut auf kuh kann ich die ah ne jetzt habe ich sie geworfen oh shit ok das ist natürlich jetzt gar nicht geil wo stelle ich denn die dinger her na das wollte ich nicht noo das muss ich verdammt so was brauche ich dafür pallium bruchstücke holz und stahn als erstes die spitzhacke dann dann da geht sowieso nur eins ok normal ich glaube diese plan funkel dinge da unten sind die bruchstücke die ich benötige aber mit der spitzhacke kann ich wenigstens alles abwandieren ja genau richtig da wusste ich doch komm ruh schade dass ich nicht stein rauskriege noch wir holen uns jetzt da diesen pall will ich hier haben erst stufe eins was ist denn los keine ausdauer ich finde es blöd dass ich andauernd eine werkbank brauche muss ich mal immer eine werkbank craften wenn ich irgendwas craften möchte genau paar steine rausholen ah man kriegt auch hier diese pallium bruchstücke perfekt das reicht mal schauen welches level 2 will ich männlich oder weiblich ist mir eigentlich wurscht das weiß ich nicht muss ich als erster ein bisschen k.o. hahn und dann werfen ja genau ich muss ein bisschen schwächen ok glaube jetzt nicht weg schatzi rücken muss ich ja nix geil oder wir haben ein paar wir sind absolut die bros aha ok oh was sind das hier mega sphäre damit kann ich voll mega abgehen dann könnte ich mir ja noch ein paar holen was was hätte ich noch für eins gern was kriege ich hier raus jetzt ja ausdauer müsste ein bisschen hier vielleicht was ja gut gut ich hab zwar da kann ich die roh essen ich denke schon oder die frage halt das mit der zeit oder da können wir noch ein paar ich habe genug level ab wo die wir sind level 4 mein pal ist level 2 mag ich auch so ein schäfchen haben wir ja dann für die megasphäre suchen wir sich einen guten pall oder da hinten liegt übrigens glaube ich hier noch eine megasphäre da leuchtet etwas grünes egal dankeschön schauen wir mal kurz zu diesen grünen dingen da liegt noch was ist das nochmal so eine sphäre ja geil braucht man nicht herstellen was ist das grüne hier ah stein mitnehmen was ist das denn aufheben aha und wo ist so eine statue der kraft was wird man da überhaupt angezeigt und das diese schnellreise dinge oder wie es ist so pass auf ich sage euch was wir werden hier kurz noch mal so ein team waren das wollte ich nicht wie kommst du wieder zurück ok cool war ja ich absolut holz und stein crafting das das verfahren und hier brauchen wir fasern und ich will noch so ein teil den kraften hier an der zahl reparieren von gebäuden okay wir haben hier oben alles pfeile könnte man stoff könnten herstellen als wolle schauen wir mal was wir dann mit stoffen also ich kann nur eins herstellen ok können dir jetzt müssen wir ein bisschen bäume fällen damit man holz kriege und faser eventuell naja faser ich hoffe es gibt eine schnellere möglichkeit an faserrand zu kommen überlegen man kann das ganze auch mit dem controller zocken aber dabei geht es eigentlich ziemlich angenehm so okay wenn ausdauer komplett fuji ist musste warten ok ich schleppe viel zu viel mit macht aber gar nichts ich werde ja verbrauchen jetzt ja ich brauche noch zweimal fasern wie komme ich noch ein fasern ich hätte halt hier dachten habe ich einen punkt ich hätte punkt gewicht jetzt sehen wir nicht mehr überladen da noch mal so eine sphäre super schönes ding brauchst du eigentlich gar nicht herstellen findest genug das will ich haben ist will ich haben das holen muss ich jetzt welches level ist das level drei und pflanzen auch level drei du bist doch mit der du bist doch ein cooles vieh lauf nicht weg oh gott okay ich kriege nicht ich glaube die achse ist einfach keine waffe zum zuschlagen palio was machst du komisch geht rein er spuckt mich an der bricht spuckt mich einfach an geilo noch ein paar das will ich haben ist glaube ich ein boss oder ne so mammut 38 gar kein bock auf den ok wer ist aggro dass wir unsere pals miteinander kämpfen jetzt habe ich ihn wieder gerufen das wollte ich nicht attacke machen fertig ich helfe dir kurz ich will abhauen schönes ding ne bist du auch schön das ist super so komm wieder zurück das bock ach die level schön mit mir mit das ist ja ein süßer oh oh er haut ab kommen sie zurück kommen sie mein freund sein kommen sie wieder her rennt bitte nicht zum mammut bitte nicht noch ein bisschen ich habe keine ausdauer wieder 30 prozent das war echt mies kann ich wieder einsamen wow 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 der ist cool das bleibt drin oh nein wow wow shit er ist zu stabil komm 55 miese nummer das wird nix oder du bist den schwächen nee das wird vielleicht doch was ich muss ihn doch nicht mehr schwächen geilo jetzt habe ich aber keine mehr anscheinend habe ich keine mehr ah ok die wiegen natürlich auch was okay das ist mies nun gut jetzt wird es zart ich bin zu schwer was wir uns vielleicht also naja ist das vielleicht so ein paar das wir uns hier irgendwie so ein plätzchen grafen ist das möglich aha so ist das lagerfeuer im bett bahn holzfondament wir brauchen bisher was wir bauen uns kurz hier eine kleine base auf hätte ich gesagt man muss ich das immer wieder so machen okay das deckt wenigstens schön ich bin zu schwer um zu springen so so muss nicht groß sein oder ich hätte gesagt dass das wird reichen mit einer tür hier natürlich hin aber schaut es gut aber fenster muss natürlich rein aber nicht überall so jetzt sind wir nicht mehr zu schwer das kostet auch gar nicht viel holz das freut mich richtig hintenrum muss auch noch ein fenster schönes ding level up absolut geil soll er schaden dass wir gleich ein bett herstellen ich habe alles was ich brauche geschlafen so kann ich das drehen wir pennen hier immer frische luft es muss sein so ich wollte gerade fragen ob man schlafen kann ich muss überdacht sein okay sagt das doch gleich ich vielleicht möchte ich aber noch einen zweiten stock nee das ist blöd so jetzt wie kann ich denn was abbauen kann ich das irgendwie ich möchte auch keinen zweiten stock habe ich was von einem zweiten stock gesagt ich denke nicht aber so und jetzt könnten wir schlafen der frühe vogel wenkt den wurm ich mache auch mit einer fackel in der hand absolut normal sowas map sehe ich auch irgendwie so meine basis ist es jetzt da dann wird man meine basis gar nicht auf der karte angezeigt kann ich das irgendwie markieren als basis dankeschön hoffentlich bleibt das so gut essen müssen wir mal wie es sich so natürlich auswandert zwar wir haben hier noch das hier wir haben hier ein bisschen erz palsaft ich möchte nicht wissen wo ich den her habe gewährte erhöhen arbeitstempo angriff ein bisschen möchten ein bisschen stärker waren gut wir waren noch ein lagerfeuer hätte ich gesagt da haben wir alles für hier so am fenster damit genug sauerstoff reinkommt und die flamme ziemlich hoch ist fertig rezepte wählen spiegel ein gebab hast du Bock ob gebab machen wir muss ich echt gedrückt halten ach ach so ok schönes ding hunger habe ich ja gerade nicht wo ist es denn hier hält 19 minuten 20 minuten ok brauchen wir noch was eine holztruhe eine ballbox ah wir brauchen holz wir brauchen noch ein bisschen holz holen wir sich gleich ohne mammut ich habe keinen bock ich habe schlecht wart es liegt genau auf seinem weg wir sind dort wir sind dort auf der ruiniert mir jetzt nicht die base die war voll schwierig zum bauen ne shit vielleicht ist ja auch gar nicht so aggro aber ich möchte es nicht riskieren wenn ich ehrlich bin okay er rennt gegen meine base kann doch nicht ach so das kann ich nicht in der base bahn anscheinend mal einmal ganz kurz ach so jetzt verdrück ich ihn hier überlapp mit anderen objekten überlapp doch nicht hier du lappen ach warte hier wäre es gewesen hm komm jetzt mal hier hin komm jetzt mal hier hin ah ok so tue ich den Lager jetzt habe ich den nicht anhängen gut na aber ich will die ja mitnehmen man alles cool ok oh was ist denn das ach so das gehört zu der pilebox dazu denke ich oder ja ok jetzt sehe ich den bereich ah ok jetzt wird mir das Lager anzeigt schönes ding Julio habe ich noch Technologie ist das Licht was ist das normale Schild sperren Bogen müsste ich nur ach schon was was ich vergessen habe ganz wichtig wir haben hier keine Werkbank drin nein kriegen wir einen Bogen hin ne wir finden immer noch ein paar Fasern und etwas Holz und Reparatur gleich daneben ran hallo bisschen schief so 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 Perfekt Perfekt ne Holztruhe müssen wir noch bauen riesig gerade und ich soll ah wir müssen wieder Holz holen ich soll ein paar wow Stufe 5 so ein Foxy will ich haben oh und auch cool eine Frage ist kann ich eigentlich nur drei Paal kann ich nur ein Paal raushauen oder kann ich alle Paals hier warten ne ok dann switch da es geht ihm nur einer ok komm zurück gut gut also wir versuchen dann irgendwann einmal einen Mammut zu fangen so die Truhe kommt hier ans Bett so ist es in Ordnung danke ich bin schade halt dass ich dieses Paal Ding nicht in der Basis herr und kraft noch können das nervt ein bisschen ok gut Ruhe bisschen Stoff rein nehmen wir das hier rein Erste mal rein warum ist das nicht drin jetzt kann man irgendwie schnell na du sollst bitte alles hier was ist denn los jetzt ach come on jetzt behalten wir uns behalten wir uns Steinefasern Holz das brauchst du immer wieder und das brauche ich auch immer wieder das lasse ich auch jetzt da Eisrüse Eisminen verwendet ok cooli jo YouTube kann ich das Feuer nicht ausmachen Brontus ist permanent anscheinend nur gut YouTube das war's die erste Folge Fallworld ich bin positiv überrascht hat hat jetzt Spaß gemacht kann man noch gell bis zum nächsten Mal machen sie es gut hauen sie rein und immer braves an tjausen tjausen